Heute am Finaltag soll der Dorfkrug den Pokal holen. Ich denke, wir rocken das Ding. Ob das Lokal rockt oder schockt, entscheiden am Ende die Mitstreiter. So, dann hole ich mir mal mein Feedback ab. Der Sauerbraten. Das ist eine reinste Katastrophe. Oh. Und wie ist die Haxe? Ich habe nur die Haxe genommen, um an das Pühl zu kommen. So sah meine auch aus. Ich glaube, die ist noch größer wie meine. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.